Die 16 Tonnen stellen den größten die größte Einzelsicherstellung in Europa und eine der größten Sicherstellungen in der Welt dar. Dieses Ausmaß gab es zuvor noch nie. Der Verkaufswert dieser 16 Tonnen konservativ gerechnet ohne Streckung liegt bei über einer Milliarde Euro. Wenn die Ware wie üblich auf das 2-3-Fache gestreckt wird, sind wir bei 3-4 Milliarden Euro Straßenverkaufswert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017